Auch wenn es der eine oder die andere nicht hören mag, nicht alles von Miltek ist Müll. Diese Tasche hier, dieses One-Strap von Miltek, die habe ich in schwarz und in grün. Das grüne habe ich schon drei Jahre lang im Einsatz und das hier ein Jahr. Und wenn du wissen willst, was mein Fazit nach drei Jahren Hardcore-Nutzung ist, ja dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Ossmann vom Survival-Shop-Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, was sind meine Erfahrungen mit diesem Teil hier? Dieses konkrete Teil habe ich jetzt drei Jahre im Einsatz, nicht ganz, aber so gut wie. Und es ist toll, es ist wirklich toll. Also es ist so eine Sling-Lösung, das heißt, du hast nur einen einzigen Streifen, wo das ganze Gewicht drauf liegt. Das gibt es auch in größer, das mag ich aber nicht. Das hier, von dem bin ich hundertprozentig überzeugt, habe es deswegen auch jetzt in meinem Shop. Begebt unten, billige Eigenwerbung, den Link dorthin, dort kannst du das auch erwerben. Ich bin von dem hier überzeugt, aus dem Grund, weil es eine kompakte Größe hat. Man kriegt viel rein, aber es ist nicht so groß und nicht so schwer, dass man es nicht mitnehmen mag. Und, und das ist der nächste Punkt, ich kann es durch diese Sling, durch diesen One-Strap auch nach vorne nehmen und hier zugreife auf meine Ausrüstung. Und das ist ganz einfach irrsinnig praktisch. Einerseits kann man es natürlich, jetzt gehen wir es einmal ganz kurz durch, ich trage es immer auf dieser Seite, aber man kann es auch umswitchen. Ja, man kann es auch umswitchen und auf der anderen Schulter tragen, wenn man entweder abwechseln will oder anders handig ist oder aus irgendeinem anderen Grund es so tragen möchte, dann geht das auch. Das ist alles überhaupt kein Thema, hat irrsinnig viel ausgehalten, auch die Zips. Der Zipferschluss ist ausreichend gut, das ist super, also für Milddeck. Und man ja normalerweise sagt, Daumen nach unten, der hier ist wirklich eine Ausnahme, das muss man einfach einmal so sagen. Von den Fächern her, du hast hier vorne ein Frontfach, schau, da gibt die ganze Hand rein, das passt alles. Molle-Streifen außen drumherum, dann hast du hier auch eine Tasche aufgesetzt, die hat ein Zweiwege Reißverschlusssystem, man kann also von beiden Seiten zugreifen. Du siehst, die Tasche hat einiges an Schlaufen, Fächern, hier vorne auch noch einmal Schlaufen und der Zipf geht nicht bis ganz nach unten, das heißt man kann es nicht ganz nach unten klappen, das ist klar. Auf der anderen Seite kannst du halt hier auch Krimps-Krams reingeben und wenn du aufmachst, fällt das nicht automatisch raus. Also ich genieße das sehr und empfinde es sogar als gut, dass man das nicht komplett aufklappen kann. Dann gibt es hier auch noch einmal Molle-Streifen, da vorne habe ich es noch nie genutzt, vielleicht hast du eine Idee, was man da vorne drauf geben kann, aber ich halte das dann für ein bisschen übertrieben. Dann hier auch noch einmal so ein Fach, genauso wie das untere, nur eben kleiner. Was fehlt ist an der Außenseite, diese Schlaufen, diese elastischen Bänder, die sind hier nicht dabei. Und dann gibt es ein Hauptfach. Und bei diesem Hauptfach ist es jetzt so, da haben wir auch ein Zweiwege Reißverschlusssystem, jetzt der Vorführeffekt klemmter. Das ist aber immer so, aber ich schneide das nicht raus, das ist ganz einfach so, jetzt klemmter ist aber Zufall, passiert nicht sehr häufig. Da gibt es da dieses Fach, da gebe ich immer irgendwelche kleinen Geldsachen rein oder eine SD-Karte, das kann man hochklappen. Dann befindet sich hier ein Fach, da kann man auch unterschiedliches Krimskrams reingeben, irrsinnig viel Platz. Da ist auch ein Glätt, das heißt du könntest hier mit irgendwelchen modularen Systemen noch etwas draufgeben, zum Beispiel von Tasmanian Tiger. Habe ich das jetzt zufälligerweise da bei mir in meinem Büroraum liegen? Nein, habe ich nicht, aber da könnte man was draufklacken. Dann hier gibt es eben ein elastisches Band, das ist elastisch. Das heißt hier hinten kann man auch etwas reingeben, das auch mit einer gewissen Elastizität gegeben ist. Dann haben wir hier ein Einschubfach, schau her, und dann hier ein großes Fach. Da ist nicht viel an Unterteilung da und das passt auch im Großen und Ganzen. Ich meine, schau dir jetzt mal nach drei Jahren Nutzung das Teil an, schau, da franzt dann halt schon mal das eine oder andere raus, da ist dann alles nicht mehr ganz so schön, da hängen dann schon ein paar Fäden, das merkt man dann. Ja, das gebe ich zu, aber um den Preis, ich meine wie gesagt, schau es dir in meinem Shop an, du wirst sehen, da ist nicht viel verhackt und daher, das ist absolut top. Dann hier hat man außen 2D-Ringe, bei meinem schwarzen habe ich hier einen Karabinerhaken angebracht, da komme ich dann noch dazu. Dann hier hinten gibt es auch ein Fach, da könnte man jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier von Thesmenian Tiger so ein Holster da eingebaut, weil da ist auch eine riesengroße Glättfläche, an dieser Glättfläche anbringen und da könnte man jetzt zum Beispiel einen Jet Protector oder sonst irgendetwas anbringen, wenn man das mag. Das ist alles machbar. Auch hier sieht man jetzt schon nach einiger Zeit den Verschleiß, das ist jetzt da schon ein bisschen eingerissen. Ja, ist einfach so, das ist so ein Netz-Darschau, ist so. Wenn du sagst, das halte ich emotional nicht aus, dann ist es ganz einfach so. Ich finde, dass es jetzt Charakter bekommen hat, nein, im Ernst, also für den Preis ist das absolut top. Seitlich hast du auch Molle-Applikationen, das heißt, ich habe mir hier einen Ring draufgegeben oder diesen D-Ring, den es auch bei mir im Shop gibt, um weitere Ausrüstung anzubringen. Also insgesamt eine sehr solide Sache. Unten die dazugehörigen Lächer, also wenn es rein regnet oder du das versenkst, dass das Wasser auswählen kann und sonst hättest du nämlich gleich einen Wasserbehälter. Und den, den habe ich jetzt ein Jahr im Einsatz, das ist ein Schwarzer, weil der Grüne halt auffällt, wie verrückt, gell? Ich meine, wenn ich meine Kinder zur Schule bringe und mit seinem grünen Taschal herumlauft, das schaut irgendwie komisch aus. Und da, da ist ganz einfach der Schwarze deutlich dezenter und deswegen habe ich jetzt auch seit einem Jahr den Schwarzen im Einsatz. Selber Aufbau, da ist selbe Funktionalität. Auch hier habe ich auf der Seite einen Karabiner und hier diesen D-Ring, weil ich das bei mir zu Hause auf einen Karabinerhaken beim Eingang hingehinkt habe. Und da hängt das dann da mit diesem roten Karabiner drauf. Und wenn ich es brauche, kann ich es drunter nehmen, sozusagen als Go-Back. Ich habe da jetzt extra die ganze Ausrüstung, die ich normalerweise drin habe, rausgenommen, weil es mir nicht um die Ausrüstung geht, die ich da drin habe, sondern eben um die Tasche selbst. Und deswegen, aber wenn dich das interessiert, wenn du sagst, ja, Reini, zeig einmal, was du da hast, dann besuch mich auf Instagram. Instagram, Reini Rossmann. Wenn du das willst, schreib mir dort eine Frage, was ich so eingepackt habe, dann mache ich ein kleines Instagram-Video dazu. Das war es jetzt. Ich meine, Milt-Tech, hin oder her, schreib mir einen Kommentar, hast du diese Tasche, was hältst du davon, was hältst du von Milt-Tech allgemein. Ich bin ohnehin jemand, der sagt, dogmatische Einstellungen, dass man sagt, Milt-Tech grundsätzlich schlecht und Qualitätshersteller, egal was, ich nenne jetzt keine, das ist automatisch gut, das stimmt nicht. Genauso wie man jetzt nicht sagen kann, Reini, du hast immer recht, das ist ein Blödsinn, ich habe sicher nicht immer recht, aber ich habe auch nicht immer Unrecht. Also man muss sich das von Fall zu Fall anschauen und so ist es bei Milt-Tech auch und diese Ausrüstung, die kann ich empfehlen. Das war's, das war's, das war's. Daumen nach oben oder nach unten, einen Kommentar, werde ich eh schon gebeten. Billige Eigenwerbung, vielleicht magst du bei mir im Wald-Level-Shop vorbeischauen oder auf waldurlaub.at. Eh ganz klar, Link in meinem Shop findest du auch, hier ein Abo dalassen, da geht es in meinem Shop an das Video. Es war mir eine Freude, dass du dabei warst. Bis bald und ciao.